ja liebe jagdfreunde für heute ist schloss die wildkammer bleibt leider leer und trotzdem hatte ich netten anblick und da ich meine kamera heute mit dem revier hatte möchte ich euch den anblick nicht vorenthalten viel spaß beim zuschauen wir sehen uns demnächst wieder hier bei wald fein so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020